Moin, ich bin Paul und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin jetzt hier in Jade Spa und jetzt geht es für mich zum Friseur. So, ich war jetzt gerade beim Friseur. Es war alles sehr schön und dann wurde auch alles gut verknüpft. Und jetzt sitz ich hier im Clubbistro, bevor wir gleich an Land gehen in Kopenhagen und werde noch ein bisschen Wasser essen. So, ich bin jetzt hier im Clubbistro. So, ich bin jetzt hier im Clubbistro. Ich bin jetzt hier gerade auf den Kopenhill hier in Kopenhagen. Das ist hier die Müllverbrennungsanlage. Das ist eine Skianlage, wo man snowboarden kann und auch mit den Skiern runterfahren kann. Und außerdem hat man hier auch eine tolle Aussicht auf die Stadt Kopenhagen. Ich bin jetzt hier gerade an der Staatsoper hier in Kopenhagen und hier hat man eine tolle Aussicht auf die komplette Stadt. Für mich geht es jetzt zum Abendessen ins Clubbistro und was ich dort gegessen habe, das seht ihr jetzt. Ich bin heute hier wieder mit dem Fahrrad in Kopenhagen unterwegs, weil man hier überall schnell hinkommen mit dem Fahrrad. Ich bin jetzt hier gerade im Shoppingcenter in Kopenhagen. Hinter mir befindet sich jetzt gerade das Rathaus von Kopenhagen. Ich bin jetzt wieder an Bord der Vasco da Gama und jetzt geht es für mich erstmal zum Essen ins Clubbistro. Bis zum nächsten Mal. Für mich geht es jetzt zum letzten Dinner hier an Bord und zwar ins Fusion. Für mich geht es jetzt ins Bett, der Vlog geht morgen noch weiter, morgen ist die Abreise und dann nehme ich euch noch mit zum Frühstück und wie wir von Bord gehen. Tschüss und bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, heute heißt es leider von Bord gehen von der Vasco da damals, weil wir ein sehr schönes Schiff laufen jetzt noch in die Früh ein und dann zeichnen euch in den Fall. Bis zum nächsten Mal. Dieses Video geht nun zu Ende. Vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Über ein Like und ein kostenloses Abo würde ich mich sehr freuen. Tschüss und bis nächstes Mal.